muss was spezielle kolumbianische sein als kind habe ich diese geschichten geliebt aber sie sind ein bisschen verstörend ein klein wenig aber das regeln wir gleich es tut mir leid aber ich muss diese ganze ins stadt irgendwie auslöschen so und ich habe die beiden schwestern hier erledigt die aussehen naja ihr wisst ja schon so da habe ich die schlau kopf und ja diese holzköpfe halt beide erledigt holzkopf zerstörer für die pinkertons gearbeitet und so war es doch vorhin nichts was man in seinen lebenslauf schreibt wurden die nicht engagiert um die dinge zu regeln als die arbeiter in streik traten regeln ja so kann man es auch nennen so ich muss jetzt nicht erschießen muss weil wenn der hätte ich da nicht reingegangen ja dann wäre auch auf mich losgegangen aber da ich ja so eine geldgeile ratte bin muss ich halt natürlich da auch für sorgen dass meine tasche immer voller werden und dann wenn wir natürlich mit jemandem weg steht nämlich jemand direkt dabei ertappt wie ich irgendwo an den langen finger spiele dann muss ich natürlich auch dementsprechend handeln und sagen hasta la vista baby und das habe ich also vorweistliche voraussichtlich vorweist raus legt sich ab was auch immer getan ja und was ist mit dir hast du ein kind möchtest du ein kind hat bestimmt irgendwann mal zeit und macht dir einen einen schlau kopf wir müssen diese gondel holen wenn wir das luftschiff kriegen wollen mit dieser steuerung kann man sie wohl holen aha das ding scheint einzig und allein mit shockjockey zu laufen war ja klar wo zum teufel kriegen wir das jetzt her hier erleben sie die zukunft der energie in der hall of heroes das passt ja mal wenn ich sagen prophet ja wollte ich gerade sagen dann sagt ich denke ich muss ich immer an prophet denken und der ist aus kreises 3 der prophet oder aus kreises allgemein wahrscheinlich aber ich hatte ja noch ein anderes und als ich nach washington kam waren dort wenige im kongress die meine vision von columbia teil es ist aber last und aufgabe des propheten die schlechten zum guten zu bekehren denn was bin ich wenn nicht ein spiegel der das antlitz gottes reflektiert ok als kleines mädchen träumte ich oft ich stünde in einem raum und sehr ein mädchen an das gleichzeitig ich und nicht ich war Das da stand und ein anderes Mädchen ansah, das ebenfalls gleichzeitig ich und nicht ich war. Meine Mutter nahm das als Albtraum. Ich nahm es als Beginn meiner Laufbahn als Physikerin. Ganz klar. Ja. Macht irgendwie natürlich Sinn. Ich könnte mal ein bisschen Salt gebrauchen. Haben wir irgendwo ein bisschen Salz? Salz. Ich brauche Salz. Ah, von where are you firing at me? Ich bringe dich unter dir. Ich hab keine, ich hab keine Miluszone mehr. Wohohohohohohoho. Hello guys. Ach ja, es ist so wunderschön mit euch. Ey. Bumms, bumms, aus dem Haus. Äh, ja, komm, laden wir mal Salt auf. Wir brauchen nämlich Salt. Du, 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 du. Hätte ich auch vorher machen können, hätte sie wenigstens schön abfacken können alle, aber. Ach ja, hier ist so ein schön kleines Hotdogchen. So, 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 also die wollen. Bist du ein Schnaucker? Oh nein, ich wachte. Wo wollen wir jetzt nicht hin? Suche Jockey. Es ist so Schock, Jockey. Jockey. Wie? Why? Why is so serious? Warum denn es so ernst? Äh, kann jetzt da. Jetzt da an Brutzel und dann. Ja, ja, ist mir, äh, bewusst. Da wollte ich eigentlich gar nicht lang gehen, was hab ich denn jetzt. Hm. Also hier kann man scheinbar nicht. Äh, ja, gerade eben konntest du hier nicht hoch und jetzt kannst du die hoch oder was, ey, du weißt auch nicht, was du willst, Mädchen. So, wir müssen da lang. Ach, hallo. Da waren wir jetzt schon drinnen. Wir unterbrechen unsere Sendung kurz für ein stilles Gebet für die Opfer der heutigen Ausschreitungen. Dann müssen wir nicht schlange stehen. Es hat alles was Gutes. Nicht, nicht, nicht Mäuschen, komm. Äh, pusht der, Wurten. Ah, pusht der, Wurten. Ich muss mal, hier auch mal, ein bisschen Wurter zu mir, Wurten. Ach, was zum Teufel. Stimmt etwas nicht? Wahrscheinlich ist der Fahrschul gerade stecken geblieben. Möglich, ne? Äh, ja, da. Ach, eine Biene, ich, ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Ich habe eine bessere Idee. Ich öffne einen Riss. Eih. Was ist das? Das ist ein Riss. Bö? In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein, ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal, manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. Grundgütiger. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschifter drin? Ich glaube nicht. Aber da, da. Da ist etwas, das ich... Oh nein. Schliess ihn. Ich versuch's ja. Schliess ihn. Psych. Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber... Mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Also, so Riss miesig hier. So, nee, und so zu machen. Den machen wir ganz schön. Machen dem kleinen Bucker ganz schön Angst. Und so, ich kann's euch nicht mit dem Riss aufmachen. Den Bucker miesig hier. Dann erzählen wir, was du zu erzählen hast. Den Himmel beugte Komsdok das Knie und sah in seiner Prophetie ein Esel steben dort im Dunst. Von der Welt verleugnet. Doch der ist Himmels Gunst. Ich habe immer einen Zerstörungsgut. Wutiger Wahn. Wütiger Wahn. Gütiger. Ein Preuß only. Jetzt war die Frage, ob du dazu Lust hast. Nicht, ob du's drauf hast. Was geht denn hier, Alter? Was hast du denn, du? Meus, wo bist du denn überhaupt? Oh, cool. Was haben wir denn jetzt hier? Neue Stiefel töten, um zu leben. Nahkampfexekutionen haben eine 65-prozentige Chance, Gesundheit zu verleihen. Vergleichen wir die mal mit den anderen. Aktuellen Stiefel, Umarung des Vampirs, Nahkampf-Kids, Verleihen, Gesundheit. Hier ist das andere. Hm, das sind nicht alle sehr. Kills und Exekutionen ist doch alles. Das ist ja sehr wie ein Grün, oder nicht? Neue Stiefel töten, um zu leben. Töten und zu leben. Ich finde die klinge schöner, oder? Eine Banane. Eine Banane. Wir haben hier so ein Ding. Ich war 40 Jahre lang Soldat. Und jedes heidnische Land, in dem ich war, hat seitdem weniger Einwohner. Ich habe nie einen bestimmten Gegner gehasst. Bis jetzt kommst, Doc. Er stellt meine Kämpfe als Mummenschanz dar und geriert sich selbst als strahlender Held. Ich habe ihn damit konfrontiert und er degradierte mich. Dieser Mann hat niemals die brutale Fratze des Krieges gesehen. Bis jetzt. Tja, da hat er wohl dein Gesicht gesehen. Und er hat sich gedacht, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das ist alles der Krieg. Das ist das Gesicht des Krieges. Ich werde Prophet. Prophet. Haben wir jetzt noch irgendwas? Guck mal, hier ist ein Dresor. Ein Dresor. Haben wir da nicht gerade. Haben wir da. Seis. Dann machen wir einen Dresor. Haben wir noch? Fiel ist einer Lock. Eine Lockpick. Eine Lockpick. Vor allem. Warum haben wir denn hier überhaupt so ein Vieh drin gehabt, ey? Psych. Die brauchen noch einen Lockpick. Look for the pickpick lock. Was ist denn wir hier? Ich weiß es ja eigentlich schon, aber naja, eigentlich könnte es ja nichts sein. Ich werde jetzt zum Pferd. Hiiii, los Fury. Ein Pony. Ich werde jetzt ein Pony. Okay, Pony style, yo. Huh? Cool, dann würde ich mir damit mal... Okay, weg. Weg mit mir. Das Ding ist ja auch ziemlich cool. Weg mit dir. Ah. Ich werde jetzt... Oooo. Ah. 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 Vielen Dank.